warum fängst du so etwas dann überhaupt an sagte der zirbel erst willst du wieder einmal den retter der menschheit spielen und wenn es dann ernst wird kriegst du es mit der angst zu tun was hast du eigentlich im sinn meiner tochter zu helfen sonst gar nichts sagte lauscher und arni lukerl fragte der zirbel du siehst doch wohl auch sie ganz gern einmal wieder natürlich sagte lauscher aber ich mache mir da keine falsche hoffnung mehr falsche hoffnung sagte der zirbel befremdet was soll denn das nun wieder heißen ich will dir einmal etwas sagen was du da meinst ist überhaupt keine hoffnung denn sonst würde sie weiter reichen als dein bisschen leben aber diese richtige hoffnung brauchst du durchaus nicht zu verlieren trotz des sarkastischen tonfalls wirken diese worte auf lauscher eher tröstlich so als habe nicht der zirbel sondern die zirbelin zu ihm gesprochen ich will mich bemühen sagte er beides auseinander zu halten die richtige hoffnung und die falsche die gar keine ist wie du sagst wirst du dich auch dann noch an diesen feinen unterschied erinnern wenn arni lukerl leibhaftig vor dir steht fragte der zirbel lauscher spürte sein herz schneller schlagen bei dieser vorstellung ich weiß es nicht sagte er vielleicht bist du dann so freundlich mich daran zu erinnern wenn du mich fragst sagte der zirbel du weißt ja dass ich nur dann spreche wenn man mich anredet ich denke du hast noch ganz andere möglichkeiten mich auf dich aufmerksam zu machen sagte lauscher ganz so hilflos bist du darin nicht wie mir scheint der zirbel kicherte hölzern und sagte sehr sicher scheinst du ja deiner sache nicht zu sein aber wann ist das schon einer von deiner art insoweit er ehrlich mit sich selbst ist solange du nur an diese kleine urla denkst müsste schon alles so ablaufen wie du es dir vorgestellt hast vielleicht solltest du dich nicht allzu sehr auf dich selbst verlassen sondern darauf hoffen daß man dich in dieser sache nicht allein lässt solange du dir wenigstens ein bisschen mühe gibst bei dem zu bleiben was du dir vorgenommen hast lauscher spürte jetzt wieder einmal den süßen harzigen duft dieses uralten baumwesens und das weckte in ihm eine empfindung als nehme ihn die mütterliche zirbelin in ihre arme wie ein kind das nicht mehr aus noch einweiß in seiner unsicherheit schlaf jetzt lauscher sagte sie mit ihrer sanften stimme die so ganz anders klang als die spöttische knarrende stimme des zirbels schlaf ein und habe ein bisschen vertrauen mit dieser stümperhaften art von zauberei wie sie nazia betreibt ist unser eins noch immer fertig geworden die nächsten zwei tage verbrachte lauscher zum größten teil am waldrand schaute hinaus auf die wiesen und sah den pferden zu die grasend langsam dahin schritten und nur hie und da den kopf hoben um zu ihm herüber zu blicken und jedes mal wenn er zum himmel hinauf schaute sah er ganz hoch oben unter den wolken den falken seine kreise ziehen am späten nachmittag des zweiten tages kamen dann ein paar reiter teil aufwärts geritten lauscher sah sie schon von weitem und auch der falke stand jetzt niedriger über ihnen nach einer weile konnte lauscher erkennen daß dort zwei männer eine frau und ein kind auf die hirtenhäuser zutraten und da wußte er daß arnie locker gekommen war kurze zeit später tauchte sie dann schon wieder zwischen den blockhäusern auf und ging über die wiesen auf ihn zu je näher sie kam desto schöner erschien sie ihm und als sie schließlich vor ihm stand trat das erinnerungsbild das er von ihr mit sich getragen hatte wie ein blasses schemen zurück vor der schönheit dieser frau die ihn aus ihren schwer zu beschreibenden augen anblickte wo bist du so lange gewesen lauscher fragte sie da erzählte er ihr wie es ihm bei den blutachs leuten ergangen war und auf welche weise er von orlas stummheit erfahren habe schneefink hat mir geholfen von dort weg zu kommen sagte er ich hatte schon erfahren daß du unterwegs warst sagte arnie locker deine fische fragte lauscher und als arnie locker nickte sagte er du hast zuverlässige boten es war wohl falsch von mir daß ich vor dir davon gelaufen bin wenn ich auch nicht im sinn hatte mich in eine solche abgeschiedenheit zu begeben ich habe dort oben in den bergen oft an dich denken müssen vielleicht sollten wir uns doch nicht so völlig aus den augen verlieren auch wenn du jetzt einen anderen mann hast belan ist mit mir zu den hirtenhäusern geritten sagte arnie locker aber er war der meinung ich solle erst einmal mit dir allein sprechen weißt du daß er dein freund ist ja sagte lauscher das habe ich ebenso wenig vergessen wie die farbe deiner augen obwohl ich mir dein gesicht zuletzt kaum noch vorstellen könnte aber deine augen waren bei mir als trüge ich arnies stein noch immer auf der brust ach lauscher sagte arnie locker und nahm ihn in die arme so ist es nun einmal und ich bin schon froh daß du jetzt wieder zurückgekommen bist lauscher verlor sich im verwirrenden farbenspiel ihre augen und der berauschende duft ihres haares raubte ihm fast die besinnung doch da wurde er unsanft aus diesem versinken in die wirklichkeit zurückgeholt spürte einen derben schlag auf dem fuß und da hatte sich doch wahrhaftig der zirbel zu wort gemeldet den er in arnie lucas umarmung hatte aus der hand gleiten lassen und der mit seinem knubbeligen kopf auf seine zehe gefallen war schon gut zirbel murmelte er ich hab schon verstanden er löste sich aus ihren armen und sagte setz dich zu mir an den waldrand arnie locker und erzähle mir von der kleinen urla ist sie wirklich so stumm wie die leute sagen arnie locker schaute eine weile schweigend vor sich hin ins gras nachdem sie sich gesetzt hatte und dann sagte sie wenn du damit meinst daß sie nicht reden kann wie ein mensch dann ist sie stumm aber sie plappert auf den merkwürdigen lauten vor sich hin so daß man manchmal meinen möchte sie spreche eine sprache die keiner verstehen kann vieles was man ihr sagt scheint sie zu begreifen aber ich bin mir nicht sicher ob sie die worte wirklich versteht oder auf eine andere weise aufnimmt was man ihr mitteilen will sie ist lieb und freundlich und auch geschickt bei allen möglichen arbeiten aber ich habe keine ahnung was sie denkt oder was in ihr vorgeht wie versteht sie sich mit tieren fragte lauscher arnie locker blickte ihn überrascht an merkwürdig daß du das fragst sagte sie urla hält sich am liebsten bei tieren auf und geht auf eine so selbstverständliche weise mit ihnen um wie ich es noch nie bei einem kind gesehen habe wenn ein tier krank ist weiß sie sofort was ihm fehlt und zeigt einem dann mit ihren geschickten kleinen händen was man tun muss lauscher nickte denn er hatte dergleichen schon vermutet dann fragte er arnie locker ob ihr rutz so erzählt habe auf welche weise er dem kind helfen wolle ja sagte arnie locker und ich habe unterwegs immer wieder darüber nachgedacht ob man dieses wagnis eingehen soll es kann für uns alle gefährlich werden vor allem aber für urla selbst ich weiß sagte lauscher doch ich kann die hoffnung nicht aufgeben dass sogar in einer zauberhexe wie narzia noch etwas lebt das sie zum guten bewegen könnte aber wenn dir der preis zu hoch erscheint den es vielleicht kosten wird dann reitest du besser mit urla wieder zurück nach arziak ich will nichts gegen deinen willen tun nein sagte arnie locker wir müssen diese gefahr auf uns nehmen ist es nicht so dass wir sonst jede hoffnung verlieren würden dass das gute in dieser welt stärker ist als das böse wie sollte man dann noch leben sie vereinbarten noch wo und zu welcher zeit sie sich am morgen treffen wollten und dann kehrte arnie locker zurück zu den hirtenhäusern lauscher sah sie langsam über die wiesen gehen und konnte überhaupt nicht mehr begreifen dass er einmal beschlossen hatte ihr aus dem weg zu gehen er war erstaunt wie wenig es ihm jetzt ausmachte dass sie nun zu belarne ging viel wichtiger war die freude darüber dass es sie gab dass sie nicht nur ein traumbild war dass er sich selbst zurecht gemacht hatte sie lebte sie war da und sie vertraute ihm und all das erfüllte ihn mit freude als er zwischen den bäumen zu der holzfällerhütte zurückschlenderte nachdem er sich vergewissert hatte dass der falke noch immer niedrig über der talsohle schwebte am nächsten morgen stand lauscher mit schneefink schon bei sonnenaufgang am waldrand und schaute hinüber zu den hirtenhäusern kurze zeit später sah er belarne mit arnie locker und der kleinen urla aus der tür treten sie faßten beide das kind bei der hand und kamen so auf ihn zugegangen lauscher hatte jetzt nur noch augen für das mädchen es war etwa so alt wie arnie locker damals gewesen war als er sie zum ersten mal in arzjagd getroffen hatte und es hatte die gleichen augen wie sie auf der brust trug es in einem zierlichen gitter aus silberdraht arnies stein oder blickte lauscher schon im näherkommen unverwandt ins gesicht und als sie vor ihm stand sagte sie du bist der mann der meine wiege gemacht hat die